Was sagst du jetzt? Wie hat er das denn nur hingekriegt? Das war fantastisch, Onchau! Wisst ihr, was das bedeutet? Onchau kann den Trumptus aufspielen, Stück für Stück. Ich dachte gerade an Panthea. Wisst ihr noch, wie triumphierend sie geguckt hat, als sie dachte, den Trumptus für immer zerstört zu haben? Du meinst, geguckt hätte, wenn das möglich wäre unter ihrer Maske. Hey, jetzt sieh dir das mal an, Panthea! Ich habe das ungute Gefühl, dass sich jemand über mich lustig macht. Bist du das? Was, ich? Niemals, meine Königin, ich lebe nur, um euch zu dienen. Euer Sieg über diese Insel lässt mich in stetiger Ehrfurcht erstarren. Ja, gut. Obwohl ich erwähnen sollte, dass ich bemerkt habe, dass überall neue Pflanzen sprießen auf dem von euch beherrschten Land. Was? Entgegen all dem herrlichen Schaden, den ich angerichtet habe? Geh und finde raus, wer dafür verantwortlich ist. Und wende ruhig unnötige Gewalt an. Wer es wagt, sich über mich lustig zu machen, wird umso härter bestraft. Wenn der Trumptus noch existiert, auch wenn es bloß Stücke sind, könnte Centopia vielleicht gerettet werden. Das wäre ja nicht auszudenken. Onchau, witterst du noch mehr von diesen Bruchstücken? Tja, dann müssen wir ihn über jeden Zentimeter der Insel führen, bis er alle gefunden hat. Komm, Onchau! Dafür ist Centopia viel zu groß. Das würde zu lange dauern. Da wird es noch eine bessere Lösung geben. Wartet, seht da, Onchau! Hey, wo willst du hin? Vielleicht wittert er ja noch ein Stück. Kommt mit! Ach, das war nur die wilde Herde. Ich bin ein Stück. Er ist genau wie sie.